hi und herzlich willkommen bei stay geeky mein name ist dennis matthias ja und heute möchte ich dir gerne die nächsten zehn titel aus unserer reihe die besten brettspiele aller zeiten vorstellen wie gesagt das hier ist teil 2 aus der reihe wenn du den ersten teil verpasst hat dann stelle ich dir gerne den link zum teil 1 in die beschreibung dieses videos heute stelle ich dir die titel 30 bis 21 vor würde ich sagen wir legen wir direkt auch los mit unserem spiel nummer 30 haben wir es mit einem drafting spiel zu tun wir suchen uns verschiedenfarbige würfel aus legen die auf unser spieler brett und bauen und so ein buntglas fenster mit sagrada ist agrada ist eigentlich relativ schnell erklärt wir in jeder runde würfeln wie eine gewisse anzahl an würfeln und jeder spieler sucht sich pro runde zwei von diesen würfeln aus legt sie auf sein spieler brett dabei muss er dabei achten dass würfel mit gleicher augenzahl nicht nebeneinander liegen dürfen und würfel mit gleicher farbe nicht nebeneinander liegen dürfen auf seinem spieler brett hat er zu denen dann noch gewisse vorgaben beispielsweise auf diesem feld muss ein lila würfel liegen auf diesem feld ein würfel mit der augenzahl fünf dann haben wir auch noch ziel karten im spiel und auf grundlage dieser vorgaben erzielen unsere punkte beispielsweise in einer zeile dürfen nur unterschiedlich farbige würfel liegen in einer spalte dürfen nur würfel mit unterschiedlicher augenzahl liegen oder aber für jedes paar mit augenzahl drei und vier bekomme ich punkte und so weiter und so fort wir haben auch noch fähigkeitskarten aus liegen die wir benutzen dürfen damit können wir auch die würfel in der auslage noch mal manipulieren indem wir beispielsweise bei einem würfel die augenzahl um eins erhöhen oder erniedrigen dürfen wir dürfen ein würfel neu werfen oder aber wir dürfen einen würfel aus der ablage abwerfen einen beliebigen würfel aus dem beutel ziehen und dann sie augenzahl aussuchen etc pp das spiel sich nicht nur unheimlich schön aus weil dann auf diesem spielbrett wirklich mit der zeit durch diese farbigen würfel im bund glas fenster entsteht es ist auch relativ knifflig und anspruchsvoll also die regeln sind einfach erklärt aber man muss dann wirklich schon grübeln wie man denn sein spielbrett aufbauen möchte einfach weil ich dann schon planen muss wenn ich die und die würfel dahin legt sind diese und diese würfel ausgeschlossen das heißt ich brauche in der nächsten runde am besten ein farbe ein würfel dieser farbe und dieser augenzahl sehr sehr schönes spiel kann ich sehr empfehlen da ich sagrada schon unheimlich vielen spielern gezeigt habe und ich habe noch keinen spieler getroffen dem sagrada nicht gefallen hat und die nummer 29 auf einer lust liste hat auch etwas mit würfeln zu tun diese müssen wir im prinzip auf sammeln pick up und müssen wir die wegbringen deliver also im prinzip haben sie mit einem draft und deliver zu tun uconn airways uconn airways kann man wie gesagt am besten als draft and deliver spiel bezeichnen pick up und deliver ist ja eigentlich gar nicht so meine favorisierte spielmechanik aber das funktioniert hier auch wirklich schön weil sie haben so stege und nach augenzahl sonntiert sind dann hier unterschiedlich farbige würfel ich suche mir dann die würfel eines stegs aus habe dann auch noch eine fähigkeit abhängig davon welchen steg ich mir aussuche packt diese würfel mein flugzeug und ich fliege die dann zu verschiedenen zielgebieten stimmt dann die farbe des würfels und so ein holzmarker bei diesem zielgebiet überein bekomme ich dann noch einen entsprechenden bonus das schöne bei uconn airways ist jeder spieler hat ein eigenes flugzeug und das lässt sich individuell skillen im laufe des spiels ich kann das also verbessern und ich kann im laufe des spiels auch nicht alles verbessern das heißt ich muss hier definitiv meine priorisierung legen möchte ich mehr benzin mitnehmen können möchte ich vielleicht ein besonders gutes weihnachtsgeschäft abschließen ich habe auch noch andere möglichkeiten dass ich gegebenenfalls die auswahl bei den würfeln am steg manipulieren kann und hier muss ich mir halt wirklich eine strategie überlegen wie möchte ich denn in dieser runde am besten fliegen und das erhöht den widerspiel wert wirklich ungemein vor allem auch noch jedes flugzeug hat auch noch eine individuelle startfähigkeit sehr schönes spiel uconn airways die nummer 28 sind ganz anderes thema ist ein heikles thema und wir verkörpern prüpte praktisch abels häuser und müssen die geschicke des reiches steuern und das sind nicht immer die angenehmsten entscheidungen kings dilemma ja meine 28 wird definitiv nicht jedem spieler zusagen das sei direkt am anfang gesagt kings dilemma ist kein spiel für jede spielgruppe also man muss schon gefallen an dem thema finden es geht darum dass jeder spieler über eine längere kampagne das ist ein leg ist die spiel ein adelshaus verkörpert und man muss die ziele dieses adelshauses verfolgen und das hat dann auch so ein gewissen rollenspiel aspekt und vor allem die entscheidungen die man trifft die müssen nicht unbedingt immer mit den eigenen moralvorstellungen übereinstimmen also man muss schon spaß daran haben hier vielleicht auch einfach mal der fiesling oder der bösewicht zu sein es kann zum beispiel sein dass man mit seinem haus vielleicht das ziel verfolgt den reichtum des reiches zu erhöhen und ja wenn dann eben halt die bevölkerung vielleicht gerade not leidet und windmühlen niedergebrannt sind und darum bitten dass man diese wieder aufbaut und das geld aber einfach dafür nicht ausgeben möchte oder aber man entdeckt eine schlimme krankheit und vielleicht möchte man diese krankheit dann nicht eindämmen sondern für militärische zwecke nutzen und so weiter und so fort das schöne bei dem spiel ist es bietet eben halt die möglichkeit in so eine rolle einzutauchen in dieser rolle zu verhandeln und dann zu versuchen eben die eigenen ziele durchzuboxen und in der richtigen spielgruppe und die hatten wir macht das dann wirklich wirklich viel spaß wie gesagt da muss jeder für sich selbst entscheiden ob das thema etwas für ihn ist von meiner seite aus auf jeden fall eine empfehlung wenn du spaß daran hast solche rollen einzunehmen kings dilemma bei der nummer 27 haben wir es mit einem flippen right spiel zu tun und wir müssen in einer fantasy welt eine karte zeichnen der karte graf ja kein held kommt ohne karte aus und wenn man sich da einfach mal die frage stellt wer zeichnet diese karten eigentlich wir zumindest in der karte graf wie gesagt haben es hier mit einem flippen right spiel zu drehen karten um haben dann vorgaben von geländetypen und auch form diese müssen wir dann ein zeichnen auf unserer eigenen karte das ist praktisch so ein spielbogen und da zeichnen wir dann wirklich das gelände ein und versuchen so bestimmte zielvorgaben zu erfüllen mach eine möglichst große siedlung verbinde zwei gebirge mit wäldern und so weiter und so fort das schöne ist dass es verschiedene zielpunkte zielpunkt karten gibt und je nach jahreszeit die wir spielen wir spielen vier jahre zeiten gibt es andere wertungskarten man weiß im prinzip also auch schon was in den nächsten jahreszeiten drankommt und man kann dann auch schon seine karte dahingehend aufbauen dass man auch wertungskarten von den nächsten runden fokussiert ist ein unheimlich schönes spiel mit einem hohen widerspiel wert spielt sich auch sehr gut solo deswegen meine nummer 27 der kartograf bei der nummer 26 haben wir es praktisch mit einer variante eines klassischen spiels zu tun nämlich mit einem afrikanischen spiel oder mankala aber diesmal haben wir es mit einem wild west thema zu tun mit fistful of meeples ja wer wery kennt der wird sich bei fistful of meeples sehr schnell zurechtfinden also im prinzip haben wir zwei zeilen mit verschiedenen stores jeder spieler ist zu spielbeginn besitzer eines stores ja und es geht dann darum dass man alle meeples aus einem store nimmt das sind handwerker minenarbeiter gesetzlose und sheriff und da muss man im uhrzeigersinn oder gegen den uhrzeigersinn pro store der dann in folge kommt ein meeples absetzen und je nachdem welchen meeples man da absetzt fühlt man unterschiedliche aktionen aus beispielsweise einen gesetzlosen platziert nimmt man alle minenarbeiter in diesem geschäft aus platziert man einen sheriff nimmt man alle gesetzlosen gefangen und das schöne bei fistful of meeples ist dass ein eigentlich abstraktes spiel overy mit einem thema versehen wurde was dann unheimlich toll durchkommt also das western thema wird wirklich ganz toll getragen man hat die gesetzlosen die die minenarbeiter aus nehmen wenn man die gesetzlosen ins gefängnis packt können die aber auch ausbrechen und dann fällt eine ganze schar an gesetzlosen über die stadt her man kann sich duellieren und in abhängigkeit davon welchen charakter man gegebenenfalls erschießt bekommt man eine gewisse belohnung und das war für mich ein unheimlicher überraschungstitel die nummer 26 a fistful of meeples bei der nummer 25 haben wir es mit einem sportspiel zu tun was aber eigentlich gar nicht so wirklich als sportspiel durchkommt denn wir haben es eigentlich mit dem manager spiel zu tun es geht eigentlich um area control bei bloodball team manager bloodball team manager ist wie gesagt eher ein area control als ein sportspiel man spielt die teams aus dem klassischen bloodball das geben waldelfen vampire orcs und so weiter und jedes team hat individuelle karten spielt sich also auch etwas anders wir haben dann verschiedene stadien ausliegen und im prinzip eine belohnung die wir bekommen wenn wir denn das spiel in diesem stadion gewinnen jeder spieler kann dann ja spieler also football spieler an diese stadien auslegen wir haben eine gewisse spielstärke wer nachher die meinte die größte spielstärke hat gewinnt dann eben halt das match in diesem stadion bekommt die entsprechende belohnung wenn man aber charaktere ausspielt haben die auch verschiedene fähigkeiten die aktiviert werden also dass man beispielsweise einen anderen spieler des gegnerischen teams angreifen man kann man schlägt ihn nieder dadurch wird dann eben halt die spielstärke dieses spielers gesenkt oder man haut ihn komplett aus diesem spiel raus man reißt den ball an sich denn zu spielbeginn liegt der ball immer in der mitte zwischen den spielern bei diesem stadion man kann den ball dann an sich nehmen dadurch bekommt man extra punkte man kann versuchen den ball den anderen spieler zu entreißen an sich zu nehmen und wie gesagt wer dann die meisten punkte hat am ende dieser runde also die meisten stärke punkte gewinnt halt den kampf um dieses stadion und bekommt dann entsprechend die punkte ist ein sehr schönes spiel einfach dadurch dass sich das halt auch individuell spielt von den verschiedenen teams her und ja wenn man blood ball mag und man möchte einfach hier mal vielleicht eine varianz spielen und eben halt trotzdem in diesem thema bleiben mit den verschiedenen charakteren macht das unheimlich viel spaß man auch die möglichkeit zu faulen mit den erweiterungen kommen auch noch mal neue aspekte dazu dass es magische bälle gibt und so weiter und so fort sehr sehr schönes spiel blood ball team manager ein ähnliches spiel ist übrigens warhammer 40k conquest kann ich ebenfalls sehr empfehlen macht auch unheimlich viel spaß da haben wir so einen ähnlichen spielmechanismus dass wir um vorherrschaft von orten kämpfen da sind es dann eben halt planeten und man spielt dann ebenfalls karten an diese planeten aus und kämpft dann hier eben halt um die kontrolle und um die mehrheit unser nächster titel ist ein solospiel und für mich das beste solospiel aller zeiten under falling skies under falling skies ist im prinzip space invaders auf dem brett und das fängt wirklich diesen flair von dem arcade spiel echt gut ein also die alien schiffe fallen von oben vom himmel praktisch herab auf die stadt wenn sie unten ankommen nimmt die stadt schaden wir versuchen also diese stadt zu beschützen indem wir die alien schiffe abballern und das machen wir mit einem dice placing mechanismus wir haben also würfel und platzieren den in unserer unterirdischen basis die hat verschiedene arbeitsfelder und je nachdem wie stark der würfel ist dem wir da platzieren also wie hoch die augenzahl ist desto stärker ist dann auch die aktion die wir ausführen wir produzieren energie wir müssen die forschung vorantreiben denn nur wenn wir eine gewisse anzahl an forschungspunkten abarbeiten gewinnen wir das spiel und wir können waschen systeme aktivieren damit wir eben halt entsprechend auch die schiffe abballern das problem an der sache ist nur je höher die augenzahl ist bei dem würfel desto schneller bewegt sich auch das alien schiff in dieser spalte das heißt die stärkere aktion desto höher die bedrohung und das wird dann auch knifflig dass ich hier wirklich überlegen muss ich brauche jetzt zwar die aktion aber dann bewegt sich das schiff zu weit herunter um die aktion auszuführen brauche ich aber auch energie also diese einzel szenarien machen schon unheimlich viel spaß und vertreiben wirklich die zeit in so einem sodospiel sehr sehr gut das ganze wieder mal getoppt von einem echt guten kampagnen modus und da gibt es dann sehr sehr spannende neue mechanismen die dazu kommen dass ich dann beispielsweise noch darauf gleichzeitig darauf achten muss dass ich bürger evakuiere und so etwas aber das schöne ist in jeder kampagne die spiel kann ich maximal 50 prozent des gesamten spielmaterials nutzen das heißt wenn ich alles sehen will muss ich mindestens ein zweites mal die kampagne durchspielen warum mindestens das spielmaterial wird zufällig ausgewählt dann kann es eben sein dass es hier auch eine überschneidung gibt das heißt der widerspielwert ist hier immens das spiel macht wirklich viel spaß wie gesagt für mich das beste solospiel aller zeiten under falling skies der nächste titel hat auch was mit raumschiffen zu tun allerdings sind wir ja kartografen und wissenschaftler und wir versuchen ein neues gebiet im all zu kartografieren das geht aber natürlich nicht so ohne probleme bei space alert ist ein echtzeit spiel und wir verkörpern wissenschaftler auf einem raumschiff also sind definitiv keine militärs fühlt sich ein bisschen star trek mäßig an und ja wir müssen die verschiedenen bereiche auf unserem raumschiff managen um daneben halt diesen bereich zu kartografie kartografieren das ist ein echtzeitspiel wie gesagt läuft über zehn minuten es läuft eine cd dabei und wir müssen dann in dieser zeit unsere bewegung programmieren in koordination mit den anderen spielern wir müssen dafür sorgen dass wir halt die verschiedenen bereiche beim schiff aktivieren dass wir zum beispiel mit dem generator energie erzeugen unsere schilde aufrüsten unsere waffensysteme einsetzen und so fort während die cd läuft passieren natürlich bestimmte ereignisse und wir müssen dann wie gesagt unsere bewegung plant und dann zum beispiel sagen du musst zum generator um energie zu erzeugen damit ich die schilde auf der linken seite aktivieren kann weil von da ein astroid angeflogen kommt dann müssen wir gegebenenfalls auf der rechten seite unsere waffensysteme aktivieren weil plötzlich da ein piratenschiff angeflogen kommt dann müssen wir gegebenenfalls unseren ganzen planen wieder überarbeiten und das dcd führt dann auch noch andere elemente ein dass dann beispielsweise der funk ausfällt wir dürfen eine zeitlang nicht miteinander sprechen und das ist eine unheimliche hektik diese zehn minuten und nach so einer runde wird das ganze dann eben halt ausgewertet man guckt ob man dann auch alles richtig gemacht hat das ganze überlebt und dann erfolgreich eben halt so lange durchhält dass man diesen bereich kartografieren kann man denkt sich dann auf diesen zehn minuten jedes mal gott oh gott warum tue ich mir das eigentlich an und lass uns noch eins spielen also das spiel hat so unheimlichen suchtfaktor und man möchte wirklich partie nach partie nach partie spielen unheimlich schön macht sehr sehr viel spaß deswegen meine nummer 23 space alert die nummer 22 führt uns in eine fantasy welt und ja davon verkörpern wir praktisch magiebegabte ritter in mage knight mage knight ist ein fantasy spiel bei dem jeder spieler eben ein mage knight verkörpert das sind sehr mächtige helden und diese können wir auch im laufe des spiels verbessern das machen wir mit einem deckbuilding mechanismus jeder held hat praktisch eine eigene kartenhand und wir bekommen dann eine karten dazu mit diesen karten können wir dann auch verschiedenste aktion spielen und es auch entscheiden wie wir uns denn dann verhalten möchten wir haben auch so eine reputation können also auch gucken ob uns eher gut oder eher böse verhalten ob wir dann beispielsweise bürger einer stadt friedlich mit dem verhandeln oder ob wir die einschüchtern wollen und so weiter wir bewegen praktisch auf einer karte müssen verschiedene orte besuchen müssen monster besiegen dungeons infiltrieren und so weiter das ganze szenario betrieben das heißt die ziele sind anders und das brett ist auch modular aufgebaut und das entdecken wir dann einfach auch noch im laufe des spiels müssen außen gucken auf welche orte wir treffen und die szenarien die können dann sowohl kompetitiv als auch kooperativ sein das kommt also mal ganz auf das spiel drauf an es wird auch als kampagne gespielt das heißt man kann das auch also mehrere szenarien praktischen folge spielen sehr schönes spiel wie gesagt dadurch auch dass man es solo kompetitiv und kooperativ spielen kann mage knight ja da kommen wir jetzt auch schon zum highlight dieses videos die nummer 21 und das ist ein worker placement spiel aus der welt von dungeons and dragons lords of water deep lords of water deep kann man ja schon fast als klassiker der worker placement spiele bezeichnen das schöne an dem spiel ist dass wir im prinzip also water deep jedes mal neu aufbauen dadurch dass wir im prinzip verschiedene gebäude errichten und das sind dann weitere arbeitsflächen und wenn diese arbeitsflächen dann genutzt werden von anderen spielern bekommt der besitzer dieses gebäudes halt einen gewissen bonus wir müssen uns helden anheuern das ist im prinzip wie so eine art ressource im spiel also die krieger die schurken und die magier die kleriker und die brauchen wir eben halt für auftragskarten jeder spieler verkörpert einen lord aus water deep und hat da dann auch noch verschiedene siegpunkt bedingungen die sind geheim und dadurch spielt sich das spiel ebenfalls auch mal anders das schöne eben halt durch diese mechanismen hat lords of water deep in unheimlich hohen widerspiel wert und deswegen ist es für mich immer noch eins der schönsten worker placement spiele ich bringe das immer wieder gerne auf den tisch deswegen meine nummer 21 ich hoffe die haben diese zehn titel jetzt hier gefallen wenn du magst schreibt doch in die kommentare dieses videos welches dieser zehn spiele die besonders gut gefallen haben oder welches sich interessiert was du vielleicht bis jetzt noch nicht kannt ist da sehen wir uns gerne nächste woche wieder mit den nächsten zehn titeln bis dahin stay geeky ciao